Kaffee Hahahaha Das ist aber so blöd ausgesprochen Hi komm Ich schieße in 3, 2, 1 Hi Hallo Hallo und herzlich willkommen hier bei dem ersten Fast Perfekt Das ist ja nicht Du kommst zu einer Ausführung Halt sie komm Jaaaa Jaaaa Scheiße Das ist ja leider das auf der Tag Ich bin Ab Mann Du bist Warte Granate Hehehehe Reaktionszeit Danke Oh Gott jetzt will ich mit natürlich mein Spiel Oh Alter gewurzt Oh Alter gewurzt WTF WTF Du hast den Sofa kaputt geschossen Map restart Ich bin Hehehehe Der ist also direkt vorbei Äh Das geht nicht Der ist ja noch nicht Hehehehe Hahahaha Der holte einfach nur kills Hausführung Hehehehe 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 Oh man Jaaaa Ja Erstmal richtig schön Schwimmen Ah, Monster! Ähm... Okay, so sehen Leichen aus. Dann hier haben wir ne Küche. Hier, guck, hier sind Applinge. Nein! Sven, zeig mal den Leuten, was hier so toll ist. Also, was du so toll findest an dem Raum. Nein! Zeig du's! Okay. Es gibt hier so etwas wie einen Geheimgang. Neee... Neee... Okay, also, ziemlich viele Kleider sind da drin, ne? Loll! Alter, Sven! Wie sä... Dein Kopf! Der... Er malte! Mein Typ bewegt sich selber! Ich hab gerade meine Hand weg von der Tastatur! Hi! aber auch vorher so gut die abiert ich meine er hat das gelaufen und jetzt geht's weiter die aber haben sie sich mal diese zerstörbaren Wände an ich höre es um sich mal die sich zerstörbaren Äpfel an ich bin schon wieder tot So, wenn wir jetzt den Weg nach oben finden würden, dann könnten wir euch noch was anderes zeigen, aber... Ah ja. Hier geht's hoch. Okay, ich leg jetzt hier runter. Ihr seid doof. Ah, cool. Hier ist ne Bar. Komm! Ich hab getroffen, ich hab getroffen! Nee, ich hab nicht getroffen. Oben, Pool! 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 Was zum... Hey! Einer wollte mich töten. Ich weiß noch nicht wer, aber einer wollte mich töten. Ich würd sagen, das reicht fürs Erste, da die Leute hier so ein bisschen unfähig geworden sind. Das ist heute so schwer, gute Makler zu finden. Ja. Hey. Loll! Okay, jetzt ist die Villa Mia. Geil, oder?